Hey, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es gibt wieder eine Runde LS19 auf der Hof-Bergmann. Ja, gestern im Stream haben wir das Feld Nr. Uno, Feld Nr. 1, glaube ich war das ja, Feld Nr. 1 haben wir fertig gemacht. Das ist angesät, gedüngt und so weiter und so fort. Den Dünger lassen wir nicht stehen, weil wir werden noch ein zweites Mal düngen. Aber ich wollte jetzt ja eigentlich zu Ihnen hier vor sein. Ja, der ist immer noch nicht fertig. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal schlafen. Wie sieht es mit den Kühlen aus? Sollten sie überstehen? Die Enten sollten sie auch überstehen. Dann gucke ich noch mal ganz kurz bei der Milchproduktion, also bei der Käseproduktion, was sie gesagt haben. Oh, da war schon der erste fertig. Dann haben wir auch keine Milch mehr. Okay. Also einen haben wir fertig. Nehmen wir uns mal. Wir hatten den erstmal hier ins Regal rein. Na, braucht es so weit. Ja. Na ja, die kann so schön auch halbwegs. Ja, da würde ich sagen, ich gehe schnell schlafen. Und wir schauen nochmal, ob unsere Wiese wieder fertig ist. Dass wir da rund Wein machen können. Also Gras, was sie gesagt haben. Auch Gras und Heu. Also ich muss beides machen. Wäre so 50-50, denke ich mal. Also wir brauchen ja auch Gras für die Kühe. Wir öffnen. Wo war das hier? Schlafen. Er. Äh, wie spielen wir uns jetzt? 21 Uhr. Wie ist das jetzt? Ich bin hier wieder äußernlos. Mann. Schlafen. Er. 21 und 21. Eins. Drei. Fünf. Halt. Geht ja mal auf Standenweisung. Äh. Da haben wir so drei Uhr, vier Uhr, fünf Uhr. Fünf Uhr hört sich gut an. Wir schlafen lassen wir an Standen. Ach, guck mal hier. Meine Puppe ist auch mit dabei. Auch mit am Start. So. Dann schauen wir uns an, dass es die Tiere durch ist. Es ist da nichts passiert. Wie sieht gut aus. Wurde ein bisschen verschmutzt. Was wir da machen, ja. Aber wir wollen ja eigentlich. Da das Feld. Und das Feld ist komplett fertig. Sehr schön. Das machen wir jetzt mal schnell. Ich schreibe mich das. Das kann man erst mal runter. Schrauben wir unser Motörchen. Dann hocken wir mal über das Feld hier. Und dann schreibe ich das mal an. Schreibe ich das mal an. Dann fahren wir mal los hier. Halt. Licht natürlich. Und dann mähen wir das ganze Gerätchen mal ab. Und ich werde alles mit mähen hier. Weil ich habe keinen Unterschied gesehen zwischen den Klee und dem Gras. Vom Volumen her vielleicht. Ja, das kann schon sein. Das Volumen ein bisschen mehr wird. Aber ansonsten habe ich groß keinen Unterschied gesehen. Weil so, wenn man sieht, die Häufchen sind auch ein bisschen größer, die da liegen. Ja. Das geht ja relativ zügig hier. Das ist ja nicht ganz so groß. Reicht uns eigentlich auch erstmal. Eigentlich. Ah, wir sind fast nicht weiter. Das war. Das war. Wie die Störung uns das da gehen lassen, hört er natürlich aufzufahren. Aber ich habe noch schön was zum Füttern für die Kühe. Ja, was mich mal interessieren würde, gefällt euch das mit den Zeitrauffern, also mit den Timelapse oder eher weniger. Weil dann kann ich es nämlich raus. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr die Timelapse sehen wollt. Oder ob ihr, ob ich es gar nicht rausschneiden soll, oder ob ich es einfach rausschneiden soll. Das wäre mal so ganz interessant für mich. Weil das spart mir natürlich klare Arbeit. Also jetzt Arbeit macht ja Spaß. Und ich sage, es ist immer wieder schön, neue Softwareen kennenzulernen und damit zu arbeiten. Und mit DaVinci, mit dem Programm, mit dem ich es momentan mache. Das ist doch ziemlich umfangreich. Macht mir sehr viel Spaß, damit wir arbeiten. Aber wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Oder ob ich es rausschneiden soll. Wie auch immer. Dann noch was anderes. Den Minecraft-Server von Sky Factory 4. Den haben wir wieder hingekriegt. Wir konnten hier Fehler beheben. Beziehungsweise rausfinden, was der Fehler war. Und am Sonntag, 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 wird es einen Livestream wieder geben. Ab ca. 17 Uhr ungefähr. Mit Sky Factory 4. Des Weiteren wird es jetzt nicht täglich, aber öfters. Ich habe es mal veranschlagt, immer Dienstag, Donnerstag und Freitag. Was wir spielen, werden wir sehen. Das kann ich so vorneweg noch nicht sagen. Aber was ich schon mal sagen kann, wie gesagt, Sonntag werden wir Sky Factory 4 spielen. Ich habe mir vorgenommen, da einen kompletten Umbau zu machen und so weiter. Aber wir spielen jetzt hier gerade LS und nicht Sky Factory. Deswegen gehen wir mal zu dem Thema hier zurück. So, das mal abladen hier. Ich weiß, das ist nicht viel Heu, aber ein bisschen was. Was kann ich denn mit Paletten machen? Bei Paletten machen? Ähm, ich bin gerade überlegen. Ich habe oben noch ein paar stehen. Es geht eher erstmal die Silage aus, die Mischration. Gras, Klee, Hammer. Können wir zum Unterstellen selber was machen. Weiter würde ich, glaube ich, erstmal schnell. Ähm, Wender. Den habe ich noch nicht. Der hat 6 Meter, der hat 8 Meter. Ach, wir nehmen den 8 Meter, kann man sich leisten. Also den 6 Meter, die Teils kaufen, ja. So, ich bin immer voll, ein bisschen da runterzufahren. Also setzen wir lieber zurück. Der schiebt mich einfach schön auf den Hof. Und wir wenden das Gras mal schnell. So, das Gras finden wir jetzt gerade schön. Daraus machen wir uns dann Stroh, nee, nicht Stroh, Heu machen wir uns daraus. Wobei ich eigentlich blöd bin, ich hätte es in die Dingser fahren können. Äh, na gut, egal. Sogar jetzt kann ich es zu beiden machen. Weil wir haben ja unten das Heulager. Da kann man auch das Gras so reinschmeißen und können mit dem Frockner anmachen. Können sozusagen trocknen lassen. Aber der Nachteil ist natürlich, ich glaube, dieses Mischrationsgerät da nimmt nur Ballen. Und dementsprechend wird das natürlich ein bisschen schwer. Wenn wir das da unten rein machen, lose, dann haben wir ja keine Beine. Deswegen, ich werde das hier einfach so machen. Genau, so machen wir das. So, hier haben wir jetzt alles gewendet. Dann packen wir wieder zusammen. Maschinenchen. Daher holen wir uns jetzt schnell den Schrager. Da haben wir ein kleines Schönen Häufchen da raus. Und dann können wir auch schon unsere beiden Kresse in Betrieb wieder nehmen. Ja, ansonsten, was mir aufgefallen ist bei der Map, ich habe noch gar nicht geguckt, ob die wieder da sind. Wo ich auf den Multiplayer gestellt habe, waren die ganzen Ballen weg hier. Wo wir hier hatten. Das fand ich natürlich nicht ganz so schön, aber okay. Das ist nochmal so. So, das steht da. Aber Silage, ich mache heute ziemlich einfacher. Einfach, wir haben da hinten eine Fermentiere stehen. Ich glaube, so heißt der. Da hinten. Und damit können wir auch ratz ratz Silage machen. Also das ist nicht das Problem. Wobei, ich glaube ich, Silage auch so machen würde. Das ist bei allen. Wird so schön, dann Folie einwickeln. Und so. Ich würde dann eher in die Kammern, kann man sagen, die Silage, da würde ich dann eher das gehexelte, wechselnden Meisen so reinmachen. Das ist, kommt glaube ich, ein bisschen besser. So. Wollen wir mal gucken. Wir werden hier gar nicht alles kriegen. Na ja, eventuell kommt es auch. Kann nämlich sein, dass das, was auf der Straße liegt, dass man das gar nicht aufsammeln würde. Gut, ich mache das hier mal fertig. Und sehe, dass es gleich wird. So. Die Beine habe ich gepresst. Ich habe jetzt natürlich hier noch drinne 28%. Vor allem muss ich zuklaufen, was ist das? Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich dann später Stroh und sowas mitmachen kann. Das möchte ich nochmal alles testen. Also das sehen wir dann in naher Zukunft irgendwann. Weil wir haben hier nochmal Weizen angesät. So. Jetzt schauen wir mal ein bisschen bei. Oh mein, ich kann halt nicht rückwärts fahren. Ach. Das steht jetzt gut. Das ist schon bei den Pressen habe ich schon. Sammelwagen. Sammeln wir mal schnell die Beine auf. Und dann machen wir noch ein bisschen Mischration, würde ich sagen. Ein bisschen was kann man noch machen, glaube ich. Hoffe ich. Weil ein ein ja folierter, sage ich mal, Ballen ist auf der Mauer gelandet von dem Bunker. Und dadurch kann ich die kann ich sie noch verwenden. Einmal Silage haben und noch sozusagen. Mal gucken, wie wir mal gut gemacht haben. Da habe ich mitgezählt. Beziehungsweise hat es versucht. Bei vier habe ich dann aufgehört. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Da sagte ich mir, dann geht das mit dem Wagen hier einfach. Weil der zehnt ja für uns mit. Hopp. Ei, ei, ei. Oh. Aber so viel sind es gar nicht. Aber jetzt reicht das mal. Das ist ein schweres Gerät. Viel zu großes schweres Gerät für die kleinen Felder hier, glaube ich. Da haben wir nochmal drei Stück da oben und nochmal Wasserstrecke. Da haben wir genau zehn Beine gemacht. Aber ja, war nicht so fährt, umgelegt. Da fühlt sich nichts mehr rumliegen, nur die eine hier vorne. Da haben wir die Arbeitsstelle wieder weg. Da fangen wir die Beine nach oben hoch. Zu unserem Mischrationenhersteller. Oder Mischrationenmaschinen. Es war dran. Mischlenz. Ja, Mensch. Jetzt ist es ganz einfach. Ich weiß nicht. Jetzt ist es echt schön. Ich weiß nicht. ja schon da wieder leer ist wo man die anderen haben gerade nichts so abladen Jetzt kann ich mich halt nicht merken, weiß ich warum. Und dann kriege ich die beiden Gabel wieder raus. Dann stellen wir das Hängerchen weg und schnappen uns den anderen. Der Frontlader. Das ist gar gut erinnert. Das ist gar nicht, wo ich den abgestellt habe. Aber ich glaube, das steht mir den Dünger auf Feld 1. Nichts oder nicht? Ist ja, ist ja. Das ist doch. Haben wir noch. Dann schnappen wir uns ja oben in einem Ball erstmal schnell. Jetzt habe ich hier vorne hingeschmissen. Schnappen wir zehnmal schnell. Schmeißen sie ihn schon mal da rein. »Bio, woher schnappen wir es?« »Bei?« »Jetzt..« »Demann, ich war nicht noch mal.« »Jetzt…« »Jetzt…« »Jetzt… »Jetzt…« »Jetzt… »Jetzt…« 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 Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt so einmachen muss. Ich probier's, das muss ich auch machen, weil ich ihn ja jetzt so einmache, dann kann ich sie ja machen. Äh, ok. So, dann stürmer. Lass mal hier daneben. Ich hab mal die Eingabe. Ohohoho, ok. Ich hab fast gedacht, dass hier verpackt ist. Aber das ist gar kein Thema. Das kriegen wir hier mal rein. Reine Spießkabel. So, dann holen wir uns jetzt so wieder. So, ich weiß zwei Meter genau. Aber ich soll jetzt hier auch früher sein. Da steht sie noch. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Milch vor. Und dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon fast zu Ende. Ach, diesmal hab ich halt gemacht. Ich hab's halt so ein bisschen rausgeschnitten, ne, die Arbeiten. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich lieber alles. Wenn ich's rausschneide, oder einen Timelapse mache, oder ob ich's komplett drinnen lassen soll. Aber den Sprechen werden die folgen natürlich, ne. Ja. Ja. Einmal das. Ich will jetzt mal gucken, wie das Verhältnis jetzt schon ist. Okay. Dann nehmen wir jetzt noch mal Stroh. Wie war's mal hier drüben weg? Wie gesagt, die will ich ganz gerne wieder leer machen. Das der ... dass ich hier die beiden ordentlich reinmachen kann. Weil so verprä... äh, äh, äh. Einbrust. Ach, leicht aufgeschmies, ganz knapp. Was, perfekt. Fahre ich denn heute noch nicht zurecht, ey? Okay, jetzt haben wir von denen ein bisschen zu viel drin, jetzt brauchen wir das noch. Okay, mal gucken wir mal was hinkriegen. Okay, ich muss ja hier raus. Ich mache einfach mal noch einen Ball und den hier rein. Was ich hinkriegen, muss ich ja das Silage. Ah, das passt. So, Motor starten. Fährt die Mixer ein. Und dann lassen wir die mal hier durchwödel, ne? Dann holen wir uns dann da wieder, was machen wir uns raus? Wir holen uns Säcke raus, würde ich sagen. Ja, doch, wir holen uns Säcke raus. Weil die können wir hier schön stapeln irgendwo, ich weiß noch nicht wo. Wo wir die hinstellen. Aber da finden wir auch schon links. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt fast bei 25 Minuten. Ich würde sagen, das reicht. Lang genug die Folge. Ja, also wie gesagt, Kritik, Lob, Wünsche, Anregungen, alles in die Kommentare hauen. Die sind auch herzlich eingeladen, hier mitzuspielen. Schreibt mich diesbezüglich einfach an. Siehst du, Steam Link wollte ich mit reinmachen. Okay, die muss ich auch mit reinmachen. Wo ich dran denken. Ja, schreibt mich an. Und ja, dann sehen wir weiter. Das kriegen wir hin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns. Tschaui.